hallo ihr lieben herzlich willkommen in meiner küche heute abend ein quickie ich komme nämlich gerade von einem kochen mit einer interessenten also einer neuen kundin und als wir so zusammen standen in thermomix angemacht haben stand da da ist ein neues update ich sag das machen wir jetzt mal schnell und siehe da da war doch tatsächlich eine neue funktion mit drauf und zwar möchte ich euch die nicht vorenthalten möchte wirklich ganz ganz fantastisch finde ich habe die mir gerade noch mal angeschaut durchgeklickert und das ist eigentlich was wo ihr schon lange drauf gewartet habt denn das hat man bis jetzt immer nur im kochbuch vorne gefunden und wusste teilweise gar nicht höchstens durch ausprobieren wie man das ganze so hinbekommt und dafür habt ihr jetzt einen neuen modus schaut mal her und hier geht ihr auf die modi da seht ihr schon thema zerkleinern hier könnt ihr plötzlich aus verschiedenen überkategorien euch aussuchen und findet darunter die entsprechenden lebensmittel hier zum beispiel gemüse und obst dann wenn ihr das weg drückt könnt ihr euch mal anschauen schokolade und nüsse dann gehen wir mal rein in die schokolade und auch hier könnt ihr sehen dass ihr euch aussuchen könnt ob ihr die groben mögt oder fein und welche menge ihr haben möchtet hier hier ist die waage die geht klein unten an ihr könnt also hier dann eure menge einwiegen und dann auf übernehmen drücken und schon ist alles eingestellt in dem fall drei sekunden stufe 7 und ihr habt eure schokolade so wie ihr die haben wollt das nun mal als beispiel denn wie gesagt wenn wir hier zurückgehen da gibt es nämlich noch andere sachen zum beispiel kräuter und gewürze auch jede menge da und hier gibt es auch fleisch und geflügel und schaut da dass nachdem ihr so oft gefragt habt das gehacktes genau das könnt ihr selber machen und da gibt es jetzt auch eine anleitung für also ich finde es mega ich finde es total übersichtlich ganz viele möglichkeiten und natürlich immer die option noch dass es noch erweitert werden kann also vielleicht fällt euch ja noch was ein was da fehlt probiert es aus tickert euch durch ich bin ganz gespannt auf eure meinung wie gesagt total übersichtlich schön so die modi sind sonst nicht so farblich hinterlegt finde ich auch total klasse schreibt mir auf jeden fall in die kommentare wie ihr das findet habt ihr es vermisst habt ihr vielleicht schon immer darauf gewartet ich bin ganz gespannt auf eure meinung dann wünsche ich euch noch eine schöne vorweihnachtszeit